So, meine lieben Freunde, was geht ab? Neues YouTube-Video. Wir sind back und zwar heute was Neues. Und zwar habe ich meine Zuschauer gefragt, ob sie ihren Bankkonto mir schicken können. Zwar nicht Bankkonto, aber Crypto Wallet mit 17 Jahren. Marschallah, Junge! Mit 17 Jahren? Mit 17 Jahren? Digga, also dem Mann geht es ganz und gar nicht gut. Dem Mann geht es ganz und gar nicht gut. Digga, eigentlich, ich verstehe nicht, was du mit deinem Mod-Gehalt machst, Juli. Dass du, dass du kein Geld hast. 375 CHF. Was ist CHF? Ach, das sind 500, okay. Das sind ungefähr 349, 79 Euro. Ach so, Schweizer Franken. Ja. Digga, das ist viel Kohle. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber das ist eigentlich viel Kohle. 1,56 Euro auf dem Konto. Boah. Alter Schwede. Alter Schwede. Yo! 13.600 Euro. Warte, ich check, ob... Ist er Sub? Ist er Sub? Normie. Er ist kein Sub. Respektlos. So viel Geld habe ich nicht, also so viel Geld habe ich nicht, Chat. Bei mir sieht es eher gesagt so aus. Digga, warum hat er drei Konten? Giro, Komfort, Premiere, Sparen, Flexibel, Spareinlage, 3, Mon, KDG. Insgesamt hat er 8800 Euro. Insgesamt hat er 8800 Euro. Denen geht es auch sehr gut. Drei Konten, Elon Musk. Gibt es Leute von euch, die zwei Konten haben? Oder habt ihr alle einen? Eins rein, wenn ihr einen habt, zwei... Ne, schreibt einfach die Zahl rein, wie viele Konten ihr habt. Jo, einer schreibt 5. Mandy, 511 Euro. Der geht es wirklich sehr gut. Oh. Oh, 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 oh. F an dem, Bruder, ja. F an dem, Bruder. 4,56 Euro. Der Mann hat nicht mal ein Gramm in seinem Konto drin. Aber, ich sag dir ehrlich, ein Zapp kostet auf dem Andy 4,50 Euro. Also, das wird noch reichen, Bruderherz. Oh. Oh, der Mann geht es noch schlimmer. Digga. Minus 1,26 Schweizer Franken. Digga, ich muss eine Sache sagen, Chat. Ich habe es noch nie hinbekommen, Minus zu gehen. Also, das ist schon crazy. 1278 Euro, Digga, bei ihm läuft. Und auf Coinbase 473 Euro. Den geht es sehr gut. Das ist Pinguin. Aber gut, dass du alles zensiert hast, ne? Nicht, dass jemand nachkauft von dir, weißt du? Weil du bist ja wahrscheinlich so Krypto-Experte, dass niemand von dir abgucken soll, was du gekauft hast. Ist der dumm. 23, studiere Maschinenbau im Master. Studieren, gebühren, kinn mich einfach jedes Mal. Und bäcker immer, richtig, sage ich. 1100 Euro, Digga, ist 23 und studiert. Warte, das ist eine Krankenkasse, ne? Bäcker, okay. Was ist das? Akademisch, achso. Sind Studenten immer broke? Also, wenn sie nicht von ihren Eltern leben, ne? Meistens ja. Digga, das muss so hart sein. Meine Schwester hat ja zum Glück mich, Chat. Besser gesagt, auch euch-mäßig. Ich kann ja, also sie muss nicht nebenbei irgendwie arbeiten. Das ist schon mal wichtig. Das spart viel Zeit. Mit 14 stark, oder? Digga, wie hast du mit 14 ein Paypal-Konto? Was ist das denn? Wie kann man mit 14 Paypal haben? Oh, oh, oh. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Digga, minus 97,68 Euro. Digga. Ich sag euch mal eins. Wenn ihr nur 1.000 Euro macht, müsst ihr einfach mehr machen. Und das schreiben meine Mods in den Discord hier. Digga, wie kriegt man denn sowas hin? Was ist das denn? Digga, wie kann man denn genau auf Null sein? Boah. Dem Brie geht's aber, hamdulillah, sehr gut. 16.421 Euro. Ihnen geht's aber gut, Chat, ne? Ihnen geht's wirklich gut. Ich weiß, ich weiß, das erste Mal, als ich viel Geld auf mein Konto hatte, das war, das war crazy, Alter. Das war richtig krank. Kurz vor Submarathon-Zeit, da war ich 18, Chat. Das war für mich so, so real. Die 6,99 Euro waren safe. 20er Chicken McNuggets Gutschein. Kosteten 20er Chicken McNuggets 6,99 Euro mit Gutschein? 28.539 Euro. Dem Brie geht's aber ganz gut. Dem Brie geht's aber ganz gut. Was? Digga, 52.000 Euro hat er auf sein Konto. Seit 7 Monaten gab es abhängig, dank dir. Würdet ihr euch für 52.000 Euro... Ja, ich hab noch nicht mal ne Frage gestellt. Würdet ihr für 52.000 Euro einen Unername blasen? Ist das respektlos. Ist das respektlos. Digga, ist das also... 119.000 Euro? Digga, warte mal. Was ist Depot? Gestern 18 geworden auf Lock. Digga, wollt ihr mir erzählen, dass er mit 18 10.000 Euro auf sein Konto hat? Broke, aber trotzdem Sub bin 11 auf Lock. Digga, hör mir auf, Digga. Ey. Digga, da fühl ich mich schlecht. Stop the Cap, Alter. 746.000 Euro. Digga, er will mir erzählen, er hat 746.000 Euro auf sein Konto, dass er nicht mal Sub. Digga, kein Mensch mit so einem Profilbild hat 746.000 Euro auf dem Konto. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Es reicht gerade mal für ein Habo-Vip-Sofa. Und ich habe eine Bobbermaschine für ein kühles Blondes nach dem Stream als hart schuftender Moderator. Digga, was ist das? Du hast 101 Abo-Credits. Junge, Junge, Junge. Bin 17, arbeite bei McDonalds Teilzeit. Oh, 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 oh. Für den Brie geht es ganz und gar nicht gut, ja. Minus 362 Euro, Chat. Für einen E-Cross-Käfer-Patz gereicht. Er zahlt 54 Cent mit Karte. Ja, normal, Bruder, er hat doch kein Geld. Wie soll er denn sonst zahlen? Arbeiter-Erzieher, das ist ungefähr die Summe, die ich nach Miete und Fixkosten jeden Monat habe. Boah, das ist respektlos, oder? Obwohl, ja, aber im Vergleich gibt es sogar noch andere, wo es noch respektloser ist, ne? Für einen Azubi im zweiten Jahr, Digga, er hat 420 Euro auf seinem Konto. Ich glaube das nicht. Mein ganzes Vermögen, Digga, er schickt einfach sein Tipico-Geld hier rein. Also, Digga, wenn du dein ganzes Vermögen auf deinem Tipico-Guthaben hast, dann würde ich mir wirklich Sorgen machen, Digga. Paypal 59,40 Euro bekommen. Das ist Hass, Stella. Sag ich. Minus 55 Euro für falsch parken, AMK. Stadtkasse Dortmund. Digga, der Arme. 1.240 Euro. Bin 15 und habe das Geld lange gespart. Digga, wie kann man denn mit 15 2.000 Euro haben? Digga, mit 15 war für mich 2 Euro wie eine Million Euro. Oh, Schweiz halt. Bin 15er bis 7K. Digga. Also, Digga, der Brie kann auf jeden Fall gar nicht mit Geld umgehen. Der hat Kohle, das ist direkt weg. Minus, Minus, Minus hat Kohle, Geld wieder direkt weg. Digga, er war übers ganze Jahr lang gefühlt im Minus. Digga, er war ein Jahr lang fast nur im Minus. Ist es das wirklich? Twitch 9,14 Euro. Ich hoffe, das war ein Zapf von mir. Digga, was? Bausparverträge? Junge. 33.200 Euro. Was ist denn ein Bau? Ist das... Achso, ist das ein Kredit? Jo. Okay, Digga. 400.000 Euro. Cap, sage ich. Digga, er ist nicht mal Zapf, der Wichser. Wie 400.000 Euro auf dem Konto und nicht mal Zapf? Tipico hat mich genommen. Digga. Digga, was? Minus 2.500 Euro auf dem Konto. Digga. Junge, Junge, Junge. Wie oft hat er... Digga, guckt euch das an, Tipico. Digga. Digga. Und so fängt es an, Chat. Poah. Poah. Junge, Junge, Junge. Digga, also an der Stelle, meine lieben Freunde. An der Stelle. Distanziert euch vom Glücksspiel und fangt niemals an. Niemals an mit Sportwetten. Vertraut mir. Natürlich Selbstschuld. Aber vertraut mir. Lernt aus der Sache. Hier seht ihr es. Ihr werdet auf Dauer niemals Plus machen mit Sportwetten. Niemals. Niemals werdet ihr damit Plus machen. Und irgendwann mal denkt ihr... Ihr denkt euch jedes Mal... Okay, ich hab jetzt den Schein gemacht. Ich mach jetzt einen neuen Schein und hol das Geld wieder raus. Es funktioniert nicht. Jeder, jeden, den ich kenne, der Sportwetten macht. Alle, alle, alle sind Minus mit Sportwetten. McDonalds 1,90 Euro. X-Roha-Tipp. Oh, das war eine Spende an mich. 3 Euro. Oh, Digga, Bruder, du brauchst mir... Digga, du brauchst mir doch... Du brauchst mir doch keine... Keine 3 Euro spenden, wenn du 50 Euro auf dein Konto hast. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Mach das nicht. Was ist Patreon? Onlyfans 2.0. Ach, Digga. Bruder, weißt du was? Dann donate mir lieber die... Dann donate mir liebes... Also wirklich beim letzten... Beim... Bis zum nächsten Mal.